Conditionel passé Teil 1 Bildung In diesem Video geht es um die Bildung des Conditionel passé. Das ist die Vergangenheitsform des Conditionel. Voraussetzungen Du solltest das Conditionel prison von avoir und être beherrschen. Du solltest natürlich das passé-combo-sé können und hier besonders die Bildung des Partisipassé beherrschen. Außerdem solltest du wissen, wann die Angleichung des Partisipassé erfolgen muss. Wenn du dir dann noch unsicher bist, sieh dir die verschiedenen Videos zur Bildung des passé-composé und des Conditionel prison nochmal an. Wenn du bereits das passé-composé und das Conditionel prison beherrschst, ist die Bildung des Conditionel passé denkbar einfach. Man nimmt das Conditionel prison des Hilfsverbs avoir oder être und fügt das Partisipassé eines Verbs hinzu. Beides zusammen ergibt das Conditionel passé. Es gibt offiziell zwei Formen des Conditionel passé, die du... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.